Vollgeld hätte die Finanzkrise von 2008 nicht verhindert. Seither wurden die Bankenregulierungen massiv verschärft. Die Initianten wollen diese wieder abschaffen. Richtig ist, selbstverständlich kann Vollgeld keine Krise, die ihren Ursprung in den USA hat, in der Schweiz lösen. Aber mit Vollgeld wären die Auswirkungen viel kleiner und die UBS-Rettung nicht zwingend gewesen. Dies gilt auch für zukünftige Krisen. Wenn die USA ein Vollgeldsystem gehabt hätten, wäre dort eine solch unkontrollierte Immobilienblase nicht möglich gewesen. Richtig ist auch, heute gibt es zigtausend Seiten an Bankenregulationen. Mit Vollgeld wären viele schlicht unnötig, da das Grundproblem, die eigenmächtige Geldherstellung der Banken, nicht mehr besteht. Zu behaupten, die Vollgeldinitianten wollten Bankenregulierungen abschaffen, ohne zu erklären, dass diese mit Vollgeld schlicht unnötig würden, ist eine gezielte Irreführung der Stimmbürger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017